so so wird er uns mal zu essen herrschen fahrrad ein ja nicht mehr ein er ist auch um die Klinik und danach kommt man die Fischer an und äh Fütterski so was hast du und bis zu tun ach an aus Klu erst du musst du gehen und dann ... Komfort... ... und Chanson... ... Fernsehen und das jetzt scharfe Gehe... ... und du... ... du machst denn noch gar nichts... ... und schlafen... ... ja... ... genau... ... und gleich wieder Ehe... ... was gibt's ja nicht... ... so jetzt noch Fernsehen... ... und auf dem Klo... ... und mal... ... hm... ... hm... ... und die Tür in das Haus... ... 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 werden dann schon bett verarschen Nein, du machst jetzt keinen Flick. Du stehst jetzt auf und machst einen... Ich habe schon lange schon mal gesagt. Ach, komm jetzt, Alter. Na los. Steigt ihr jetzt wohl ein? Ich hasse euch. Jetzt sollst du zur Schule gehen. Das ist doch blöd, echt. Das ist doch echt... Ey, wir müssen doch auch mal wachen. Das ist Ärger. Oh, der Herd war schon. Dann ist es ja. Oder gut, wir sind auf. Ah, wie lange will ich wieder noch kommen? Ja, das bitteschön. ja 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 die Säcke die Säcke die Säcke in den Nürnberg in den Nürnberg in den Nürnberg Wachstuhl Lernherr Moment. Okay. Okay. Du räumst das jetzt nicht los. Du wirst jetzt verdammt nochmal... ...Arbeit gehen. Hm. Na, dann eh am nächsten Tag. Äh... Oh, das ist toll. Oh, ich bin Superchef. Ich hab Schiff gesat. Ich hab Schiff gesat. Ich komm drei Uhr morgens direkt zum Aufwachen. 143 ist wohl hin. So, mit dir geht's ganz schlecht, sehr gut. Ach, ich muss gleich mal duschen gehen. So, weißt du nicht. Oh, ich muss gleich mal gucken. Hier. Oh. Äh... Ich muss mich aufräumen. Oh, ich muss nicht aufräumen. Oh, ich muss nicht aufräumen. Gut, danach kann ich verschlafen gehen. Ich bin gerade... Ich will kein médicales. So. Du farnst... getra Caleb nicht aufräumen kann man nur ein paar Rätsel子, aufhören. ja 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 lustig es gibt weil sie keine Nagi mehr hat, na super! ja ja Prozent macht sich immer was ja auch ein Gruschen Mann die Erden das schläft es ist mein Anteil ist es egal ich werde sauber, sehr gut, so, dann kann ich schlafen gehen, warte, ich schlafe, okay, jetzt müssen wir lernen, so, sehr gut, ich glaube ich, immer noch, ein, ab, aber, du bist echt der dümmste, jetzt brennst du auch noch das, so, das ist das zweite Mal, dass er, äh, kann man ja auch Feuer schreien, Feuer, ja, ja, ich schrei mal ein bisschen Feuer, oh mein Gott, oh mein Gott, Feuer, oh mein Gott, alles Feuer schreien, Feuer, Feuer, vermechanikerInnen, so, sch mesma, mal, Ich bin der nicht. Hier verdiene ich noch weniger. Ich bin nur ein zweifel Sonnenrutsch. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Nein. Wie blöd muss man eigentlich sein? In der Stadt der Weine. In der Stadt der Weine. In der Stadt der Weine. Gut, danke. So, du wirst jetzt niemals hier irgendwas kochen. Verbot. Das musst du alles wieder dauer machen. So, hier und da noch Und dann kannst du mich gleich mal her Lager machen, spülen Ach du, schon viel zu viel Arbeit, okay Gut, hörst du sogar So Schließt der immer noch Zwischen den ganzen Tag will ich geschlafen Gibt's so nicht So, lass mal auf hier, und geh mal aufs Klo Ach, verstopft Ja, lecker Das sieht man ja schon Blablabla Hä, was, ähm Gut Ach, okay, ich, 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 hier, Pratt Okay Ah, lecker Er ist zu sauber Oh, da kannst du auch mal schlafen gehen So, gut Ich weiß nicht mal, und sag mal, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal Ich mach jetzt einen Cut und Ja, jetzt ist mir beim nächsten Mal wieder bei E-Sims 1, tschüss Leute E-Sims 1, tschüss Leute E-Sims 2, tschüss Leute E-Sims 1, tschüss Leute E-Sims 1, tschüss Leute Damat